Um mit dem Feldsanitäter von Stufe 15 auf Stufe 16 zu kommen, müssen wir in der Region New Sterling 10 Gegner in weniger als 40 Sekunden töten, 2x 3 Gegner innerhalb von 10 Sekunden töten, während wir jemanden tragen und 2x 3 Kopfschüsse in 6 Sekunden ausführen. Das ist alles sehr machbar, denke ich. Was ich von solchen Zeitlimits halte, das weißt du ja schon, brauche ich nichts dazu zu sagen. Und wie du gerade schon gesehen hast, hier werden wir wieder mit der Simultanschussdrohne bzw. den Simultanschussdrohnen arbeiten. Zuallererst würde ich jetzt aber mal scouten. Also wir haben hier einen, da auf dem Parkplatz 1 sind schon mal 2. Dann haben wir einen auf dem Dach, es sind 3, wobei ich den, glaube ich, gern wegnehmen würde. Erstens, weil er uns mit einem Schuss tötet und zweitens, weil ich gern auf das Dach möchte. Hier unten patrouillieren ein paar, also Wachen haben wir eigentlich genug und ich würde die eigentlich am liebsten direkt vom Dach aus töten. Wie viele Simultanschussdrohnen haben wir insgesamt? Sieben. Okay, wir haben sieben, mehr geht auch nicht. Dann würde ich jetzt mal schauen, dass wir erstmal aufs Dach kommen. Hoffentlich nicht schon direkt entdeckt werden, das wäre ultra doof. Ja, die Bewaffnung ist immer noch die treue, gute alte 416. Und solange ich nicht... Oh, patrouilliert da einer? Tatsächlich. Patrouillieren zwei. Solange ich nicht wieder auf eine MP oder so wechseln muss, würde ich auch sagen, bleibe ich einfach bei der 416. Es watscheln natürlich die beiden da rum, da vorn rum. Da die beiden hier. Hä? Der eine ist... Wo ist der? Ist der reingegangen? Oder wieder umgedreht? Ja, der ist reingegangen, so wie es aussieht. Ich muss hier zu dieser Leiter. Aber hier über diese Zäune kann man ja aus irgendeinem Grund, kann der Herr Elite-Soldat nicht über diese Zäune blättern. Ganz ehrlich, da kann meine Tochter drüber. Oh, es sind sogar zwei auf dem Dach, sehe ich gerade. Konnte ich den einen denn übersehen? Ja, okay, also sind zwei auf dem Dach. Oder kriege ich es vielleicht anders hin? Der andere ist jetzt auch weg, ne? Ja, der ist jetzt auch gerade da reingegangen. Also wenn ich es schaffe, den auf dem Dach jeweils eine Simultanschuss-Drohne zu verpassen. Also angenommen, drei kriege ich mit Simultanschuss-Drohne. Vielleicht noch das eine Schwergewicht oder so. Mal schauen. Also ich hätte hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oder? Habe ich am zehnten gesehen? Ja, da. Ja, das würde eigentlich klappen. Es würde sogar klappen, wenn ich drei... Also ich kann ja... 40 Sekunden haben wir Zeit. Wir haben sieben Simultanschuss-Drohnen. Wenn ich drei Stück selbst kille und dann den Rest nur mit Simultanschuss-Drohnen machen lasse, weil die niemals daneben schießen, wäre die Sache eigentlich schon erledigt. Wenn ich aufs Dach käme, könnte ich die beiden ausschalten und dann schnell die Simultanschuss-Drohnen zu anderen schicken und dann wäre die Sache schon fast erledigt. Er hier, das ist ein Paketboot, der wird versuchen, wegzurennen. Haben wir hier irgendwo ein Fahrzeug? Ja gut, also da fährt er entweder im Fahrzeug weg oder er will aufs Dach. Also er kann ja hier durch, kann hier durch diese Tür und kann hoch aufs Dach, um mit dem Heli wegzufliegen. Das heißt ja natürlich, das hier wird mein dritter Kill. Und dann ist die Kacke am Dampfen, dann wissen die nämlich alle Bescheid, weil er hier das sieht. Aber diese Simultanschuss-Drohnen kann ich halt auch zu Gegnern schicken, die ich nicht sehe. Ich muss halt nur ungefähr wissen, wo sie sind. Oh, da fange ich einfach direkt an schon mit denen. Vielleicht schicke dem hier eine hin. Die beiden hier sehen auch sehr lecker aus. Wobei, dann halt zu ihm. Der hintere von den beiden. So. Ich hoffe, da kommt mir jetzt keiner von denen entgegen. Das wäre echt doof. Schleich, Schleich. Oder dass da einer da drin ist, wäre auch doof. Ich habe was Atmen gehört da drin. Oder da oben, wie auch immer. So, wenn ich jetzt Pech habe. So. Ich kann nicht genug hochgucken. So. Der eine ist da. Eins. So, es sind fünf. So. Ich weiß, ich wollte Simultanschussdrohnen machen. So. Einer. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Ah, toll. Shit, 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 shit. Niemand überlebt. Oh, shit, nicht öffert. Ich würde was sagen, kann das Ding nicht mal irgendwann einschlagen hier. Ich glaube, das dauert schon alles viel zu lang. Ich sehe keinen mehr. Da. Komm schon. Schieß doch. Ich sehe keinen mehr. Oh, shit. Das dauert schon viel zu lange. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Wo ist der? Ich sehe nicht. Komm. Ja, das war nix. Komm. Machen wir einen Bauchplatscher. Oder so. Schade. Okay, besser planen. Am besten genau die Route planen. Und dann klappt das vielleicht doch etwas besser. So. Haben wir wieder unsere Drohnen. Sehr gut. Dann schlagen wir uns mal nochmal irgendwo in den Busch. Vielleicht sollte ich auch ganz vom Dach wegbleiben. Weil so gut war es eigentlich gar nicht. Da oben auf dem Dach. Wir haben hier wieder zwei Scharfschützen. Noch weniger kann nicht los sein. Halt einfach den Mund und mach die Augen auf. Ich habe eine Idee. Den Scharfschützen. Beiden. Eine Simultanschussdrohne. Genauso wie ihm hier. Oder dem hier. Und wenn er hier wieder weiter da hinten ist. Also der patrouilliert. Nehme ich mal an. Da hin und her. Dann ihn hier killen. Oder halt umgekehrt. Wobei. Auch wenn er da steht. Ist eigentlich egal. Dann hätten wir schon vier. Dann fehlen noch fünf. Wir haben hier. Laufen die da rum. Sieht so aus. Also hier haben wir theoretisch zwei. Also fünf, sechs. Das ist nur einer. Auf uns sechs. Sieben, acht, neun. Zehn theoretisch. Vorausgesetzt. Die Kacke ist nicht vorher wieder am dampfen. Aber ich glaube tatsächlich hier liegt in der Ruhe die Kraft. Ich kann auch den hier Simultanschussdrohne verpassen und ihn. Und wenn der andere wieder rauskommt, kill ich den. Ich glaube das wäre sogar besser. Weil dann ist der Bereich hier, der äußere Bereich zumindest schon mal gecleared. Das Problem wird nur sein, da reinzukommen, ohne dass der mich sieht. Der Mini-Gunner. Ja, das klebt dich doch nicht daran. Ich bin nicht da. Hi. Bis jemand sie gegen uns richtet. Hui, das war knapp. Ist da jemand drin? Ich hoffe nicht. Okay. So. Aus irgendeinem Grund gehen hier die FPS in den Keller. Warum auch immer. Hoppala. So. Die Scharfschützen sind... Wo ist der andere? Wo ist der andere? Hä? Wo ist der andere? Also dann sieht man ja gar nichts. Wo ist der andere Scharfschütze, sagt man? Das ist der normale Schütze. Wo ist der andere Scharfschütze? Der ist weg. Oh shit. Das war knapp. Mal gucken mal, der weiß irgendwas. Komm du mal mit. Warum kann ich dich nicht aufheben? Geht doch. Ich habe da schon wieder eine Tür gehört. So, dann schieß mal los. Was auch immer du weißt. Ach, Fraktionsschussion, alles klar. Ich habe dir alles gesagt. Ja, dann stirb. So. Okay. Jetzt nochmal. So, wo ist der andere Scharfschütze? Das waren doch zwei. Ich habe doch... Sag mal. Da ist einer, ne? So. Was ist der andere? Macht der gerade Mittag, oder? So ging es mir doch eben auch. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ich eben nur einen Scharfschützen gesehen habe. Wo ist der andere? Sag mal. Drinnen sind bestimmt auch noch Wachen. Aber... Ja, das ist doof. Mit dem Scharfschützen hier. Äh, ich kletter jetzt da hoch und verpasse dem eine. Also eine Simultanschussdrohne. Und dann... Ja, da steht er doch. Sag mal. Ist das ein Bug, oder bin ich einfach nur blind? So, und jetzt gehe ich nochmal runter. Tschüssi. So. Das ist mal ohne Witz. Konnte ich den denn nicht sehen? Ist der so gut getan vor dem Baum da? Na ja, okay. Gut. Muss ich den aufpassen? Guck mal da. Oder weißt du was? Ich gebe dem eine. Drohne mit. Wir werden hier draußen sicher nichts finden. So, er geht jetzt wieder rein. Beziehungsweise erstmal läuft er noch da hinten lang. So. Ich hoffe, der Scharfschütze, der da hinten so buggy vor der Absperrung steht, vor dem Kugelschutz, ich hoffe, der fällt nicht runter. Denn wenn der runterfällt, kann er gesehen werden von den anderen, das ist ja schlecht. So, kann ich hier? So, haben wir vier. Dann fünf. Oh, da steht ja auch noch einer. Ist der andere hier? Sechs. Sieben. Acht. Jetzt noch zwei. Ich sag doch, in der Ruhe liegt die Kraft. Genau, nice. Das Schwierigste haben wir hinter uns. Jetzt müssen wir zweimal drei Gegner innerhalb von zehn Sekunden töten, während wir jemanden tragen. Gut, und noch einmal drei Kopfschüsse in sechs Sekunden. Gut, das ist kein Ding. Drei Kopfschüsse in sechs Sekunden ist easy. Das können wir vielleicht sogar da direkt am Nachbarort machen. Vielleicht sind hier ja auch noch genügend Wachen übrig. Die dicht beieinander stehen. Wenn nicht, machen wir das einfach mit. Guck mal, die wissen immer noch gar nichts. Genial. Ja, so, da hinten haben wir noch einen. Oh, der kommt jetzt noch mal so weg. Also, für die drei Kopfschüsse eignen sich am besten Patrouillen. Das Spiel kennt ihr schon. Das kennst du schon vom Sturmsoldaten. Da habe ich die Patrouillen auch ganz hart abused. So, was haben wir hier? Oh. Äh, nö, das war noch nicht alles, aber danke, dass du nachfragst. Ach, guck mal da. Wie viele Sekunden? Sechs. Gott, das ist ja... Keine Bewegung zu sehen. Jo, keine Bewegung zu sehen, ganz genau. So, das war das. Das war easy. Und hier hätten wir theoretisch... Wie viele Gegner? Drei Gegner. Brauchten wir noch mal eine Patrouille, aber das hier ist leider nur eine Zweier-Patrouille. Wir bräuchten aber eine Dreier-Patrouille. Vielleicht sollte ich mir einfach ein Auto schnappen. Damit mal da hinten steht ein Auto. Da könnten Gegner dabei sein. Sind es auch. Aber leider nur zwei. Ich könnte mir ein Auto schnappen mit einer Leiche drin oder eine Leiche reinstecken. Und damit halt eine Patrouille suchen gehen, die aus mindestens drei Leuten besteht. Steht hier nur töten, nicht wie. Das weiß ich, macht einen Schalldämpfer auch ab, einfach um mehr Schaden zu verursachen. So, dann schnappen wir aus nämlich dieses Fahrzeug gerade hier. Oder steht auf der anderen Seite von dem Auto vielleicht auch noch ein Haufen. Nee. Okay, gut. Dann wird das mit dem nichts. Wobei... Ach, müsste einer ist rausgefallen. Na gut, komm, dann kommst du halt auf den Beifahrersitz. Oder kann ich den hinten einfach hinter mich stecken? Kannst du da rein? Ja, geht. Nice. Das sind so dünne Türen einfach. So, und jetzt möchte ich gerne rein. Flup. So, dann suchen wir uns mal eine Patrouille. Wir brauchen... ...zwei Patrouillen. Oder eine mit sechs Leuten. Am Strand gibt... Oh, Moment. Das hier ist doch garantiert eine Fraktionsmission. Was muss man hier machen? Keine Ahnung. Muss man den zerstören, oder muss man... Weiß was, ich mache ihn einfach kaputt. Und dann... Warum braucht das Ding zwei? Na gut, es explodiert gleich sowieso, aber komm. Helfen wir mal. So. Okay, kaputt machen sollte man es offenbar nicht. So, aber was ich sagen wollte, am Strand gibt es doch immer einen Haufen Patrouillen. Was es am Strand halt nicht gibt, ist Deckung. Büms. Jetzt ist da nur ein Minigunner. Willst du mich... ...flaxen? Kiste? Wie viel haben wir da? Das ist eine Zweier. Eine normale Zweier... ...Motorrad-Patrouille. Das sind nur Zweier, oder? Wer sitzt da am Steuer? Seltsam. Das sagt niemand, niemals. Da vorne haben wir eine Dreier-Patrouille. Sehr gut. Dann parke ich einfach mal hier. Park ihn, Sohn. So, und lade die Pistole nach. Denn so viel Munition haben wir sowieso nicht da drin. Das muss aber reichen für die drei da vorne. Das darf ich leider nicht mehr sprinten. Ich weiß übrigens nicht, ob man es hört. Oder besser gesagt, nicht hört. Denn, also ich habe eine neue Tastatur. Ich habe ja eigentlich, habe ich ja meine mechanische, meine mechanische Tastatur. Ist aber eigentlich eine Programmierertastatur. Also so eine ganz kleine, die man so auseinanderziehen kann und so. Und ich wollte wieder Zugriff haben auf alle Tasten direkt. Also auch auf die F-Tasten und so. Und auch die Pfeiltasten und sowas auch für andere Spiele. Und da habe ich mir wieder eine große Logitech geholt. Aber keine mechanische, sondern eine mit Rubber-Domes. Ich bin so vom Gefühl her tatsächlich ganz zufrieden. Vor allem für einen Preis von 50 Euro ungefähr. Und sie ist halt leise. Außer die Enter-Taste. Das ist die lauteste Enter-Taste der Welt. Beziehungsweise generell so die rechte Seite von der Tastatur. Also vom Tastenfeld bis zur Enter-Taste. Also zur Return-Taste. Aber da ich da so zum Spielen sowieso BASD und so brauche. So, das war Nummer 1. Und da vorne, guck mal, da vorne ist direkt die nächste. Komm, laden wir gerade nochmal nach. Hab zwar noch ein paar Kugeln drin, aber... Oh, die kommen ja auf mich zu. Renn nicht weg, Mann. Komm raus. Scheiße. Wo seid ihr? Ich brauche dringend einen Statusbericht. Oh, das hat geklappt. Nice. Und damit sind wir auf Stufe 16. Sehr nice. Wo bist du really cool. Jungs. Wo bist du! Bis zum nächsten Mal.